Hallo, äh, äh, ja, äh, die Handschuhe fehlen. Ich hab keine Handschuhe. Du hast keine Handschuhe? Oh Gott, da haben wir schon einen Teil des Geheimnisses gelüftet. Wir müssen ja erklären. Äh, uns gibt es, nee, wie wollten wir das? Ach so, ja, genau. Du hast mir was gesagt eben, ne? Mhm. Okay, willst du das Wort übernehmen? Mhm. Doch, du kannst. Mhm. Nicht? Na gut. Äh, ihr habt die DVD jetzt in der Hand. Nee, nee, Quatsch, ihr könnt das nicht sehen. Im Player habt ihr die DVD. Und wir riefen jetzt ein ganz großes Geheimnis. Genau. Ähm, wir haben ja gedreht in Aalbeck, Neubrandenburg, Feldberg, Köln. Wir waren ja deutschlandweit unterwegs für diese Serie. Und, äh, wir, äh, an vielen Orten gleichzeitig auch, äh, zum Teil. Und wie das genau war, das erzählt uns jetzt auf Deutsch, auf Deutsch, unser Zombie, Anja Schmidt. Und zwar ganz einfach und ungelogen, uns, mich, uns, wie sag ich immer, uns, mich gibt es mehrmals. Hm, und zwar sitzt diese bestimmte Person, kann man Person sagen, hm, sogar neben mir. Und zwar da. Und zwar ist das ein echter Zombie, oder haben wir da nur irgendwie jemand anders unten in der Maske. Wir werden das große Geheimnis jetzt drücken. Wir hatten einen echten Zombie. Hihihi. Ah! Hihihi. 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 Vielen Dank.